Dell hat hier auf der Gamescom 2019 den ersten Desktop-PC der Dell G-Serie vorgestellt. Das ist der hier. Und wie ihr seht, das ist ein sehr kompakter Desktop-PC. Aber das heißt nicht, dass nicht die besten Komponenten verbaut sind. Also wir haben hier Intel Core i9-Prozessoren, entweder RTX- oder GTX-Grafikkarten oder wahlweise auch eine AMD Radeon GPU. Weiterhin hat hier Dell Wert drauf gelegt, dass hier der PC wirklich einfach erweitert werden kann. Zum Beispiel gibt es zusätzliche Speichersteckplätze. Und ohne Werkzeug kommt ihr quasi an das Gehäuse und das Innere gut heran. Ja, ich finde, es ist ein wirklich sehr kompakter, schöner Gaming-PC. Ja, ehrlich gesagt hat Dell hier noch ein paar schönere Desktop-PCs ausgestellt mit einem schickeren Design. Aber dafür ist er hier wirklich sehr kompakt.